Siegutson, da wäre jetzt Platz, Guido Burgstaller, jetzt kommt der Schuss, das Tor ist okay erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Das Ding war überfällig, sie haben sich hier viele, viele Tormöglichkeiten herausgearbeitet. Und jetzt haben sie sich belohnt. Wirklich gute Leistung heute. Das Tor, die logische Folge.